Good morning, in the morning, ich bin die Früchte Ente und wir sind zurück zu einem erneuten, zu einem ersten Farm-Besichtigungs-Video, richtig gehört. Wir besichtigen heute eine Farm und das ist der Anfang von einer ganzen Reihe, denn wir werden ganz viele Farmen besichtigen und zwar alle die unter, Moment, da muss man erstmal hier alles einsammeln, alle die, Bonus, da ist ja diese, diese, nee, nee, Moment, da habe ich gerade ein bisschen vertan, übrigens habe ich gerade keine Aufgabe, können wir mal gucken, ob ich eine annehmen kann, ich könnte, ja, mache ich auch, ich werde ein bisschen Zucker pflanzen, oh nein, ich habe nur 86, das ist natürlich nicht so toll, egal, lassen wir erstmal. Alle, die unter das Video Zeig deine Farm geschrieben haben, die werde ich mir angucken und ich werde von oben anfangen, das heißt, jeder der jetzt noch drunter schreibt, der wird mich berücksichtigt, also Einsendeschluss sozusagen. Wir fangen an mit, ich muss mal eben gucken, Level 81 der Zeit, ist aber jetzt schon einen Monat her, wird wahrscheinlich schon höher sein, Black Angel und ich habe vier Freundschaftsanfragen, die nehme ich natürlich auch noch an. Zack, 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 crazy duck, so. Ich hoffe, wir haben einige schöne Farben, wo wir einiges mitnehmen können und vielleicht auch ein paar Farben, wo wir ein paar Tipps geben können. Wir gucken uns das Ganze mal an. So, wir gucken, was soll ich sagen, 81, wird bestimmt jetzt 85 oder so sein. Werden wir mal reingucken, Level. Den müssen wir jetzt finden. Black, Black. Black, Black, Black Angel, 84, heißt, hat drei Level gemacht. Nicht schlecht. Oh, ich glaube, das wird eine gute Farm, das wird eine gute erste Farbenbesichtigung. Direkt am Anfang sieht man schon hier wohl einiges gemacht, wobei ich sehe auch jetzt schon so ein, zwei Sachen auf den ersten Blick, die ich vielleicht anders machen würde oder die ich kritisieren würde. Aber wir machen jetzt das Ganze mal groß, gucken uns erstmal das Feld an und am Feld finde ich es sehr schön. Das ist, ähm, also es ist eingezäunt, ja. Habe ich auch gemacht. Eigentlich so ein, zwei Lücken würde ich freilassen. Habe ich nicht. Ja, ich weiß, habe ich auch nicht gemacht. Ähm, könnte man aber vielleicht machen, so einen Weg dazwischen oder so. So ein Weg in der Mitte, der da reingeht, bis zu diesem Feuerding. Würde vielleicht noch ganz gut aussehen. Dann hat er auf jeden Fall hier am Straßenrand so ein paar Chillmöglichkeiten. Finde ich auch sehr gut getroffen. Ein paar Bäume dazwischen. Sehr abwechslungsreich und sehr gut gemacht. Wasser zwischen den Bäumen sieht auch ganz gut aus. Hier mit den Bänken, gut, kommt man halt nicht hin. Das ist so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie, also statt die Figur, die Figur hätte ich vielleicht dahingestellt, wo die Bank ist. Und dafür schon einen weiteren Baum dorthin. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das nicht gemacht hat, weil er das Boot zeigen wollte. Weil der Baum hätte ein bisschen das Boot versteckt. Und vielleicht deswegen. Aber er ist eine große Lücke und kein Weg zu den Bänken. Aber es gibt auch Leute, die sind keine Fans von Wegen. Deswegen gut. Und hier ein Dreierweg, glaube ich sogar. Also mindestens Zweier, aber vielleicht auch Dreier bis hin zum Boot. Und das sieht gar nicht schlecht aus, weil der Bootssteg auch so ist. Aber ich glaube, dieses Video wird ausschließlich für diese Farben. Denn hier gibt es, glaube ich, viel zu gucken. Also wir gucken weiter. Hier passen die Bänke auf jeden Fall sehr gut hin. Und da oben auch einen Tipp, den ich immer gebe. Große Bäume hier hinten an der Wand. Dadurch versteckt ihr diese hässliche, große Wand halt. Also da ist ja so eine Bergwand. Und die versteckt ihr so ein bisschen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr habt jetzt noch ein paar große Bäume vor den Schmelzen. Kann man machen, ja. Und auch dieses Mosaik als Weg. Ich hätte jetzt vielleicht noch was anderes dazwischen gemacht. Nicht nur Wiese, aber auch sehr, sehr schön. Da hier auch gut Sand und Springen. Also dieses, boah, mir fehlen die Worte heute Morgen. Dieser Pool. Ganz selten, dass ich sehe, dass der wirklich gut irgendwo hinpasst. Meistens hinter dem Haus. Wenn man da so einen kleinen Garten baut mit Umzäunung und so. Dann passt es einigermaßen. Aber so ganz selten, dass der Pool passt. Weil der hat so eine markante Kante. Markante Kante. Wisst ihr, was ich meine? Also der hat da so eine... Der steht so weit hoch hinaus. Und irgendwie passt das gar nicht. Also der, der für meinen Geschmack. Also alles nur meinen Geschmack. Es ist gar keine Bewertung oder sowas. Es ist alles nur eine Geschmackssache. Und für meinen Geschmack passt der nicht so richtig. Unbedingt auch reinschreiben in die Kommentare. Allein schon findet ihr Algorithmus für das Video. Was findet ihr an dieser Farm am besten? Was hat euch besonders gut gefallen? Ich glaube, wir machen das echt so. Bei so großen Farmen ein Video. Nur für diese Farm. Machen wir einfach so. Weil sonst... Man muss sich auch Zeit nehmen. Für schöne, große und dekorierte Farmen muss man sich Zeit nehmen. So, dann hat er hier... Ja, diese Dekos, diese neuen... Ich verstehe das, dass die hier stehen. Sind neu, groß, sehr große Deko. Ist auch cool. Die bewegt sich. Ist groß, dies, das. Aber... Passt die hier hin? Ich würde sagen, nein. Passt überhaupt nicht. Auch ein bisschen... Ja, passt nicht. Zu dem ganzen restlichen Style. Wurde wahrscheinlich hingestellt, weil es neu und cool und groß war. So, gucken wir weiter. Auch diese Tiere, ne? Also diese Faust und Fasane oder was das ist. Die hätten in den Zoo gepasst. Man hätte die in den Zoo tun müssen. Verstehe ich nicht, dass man die auf den Hauptzoo gemacht hat. Äh, auf den Haupt... Auf die Hauptfarmen gemacht hat. So, hier vorne Scheune und Silo. Ganz selten, dass ich das sehe, dass das hier vorne ist. Passt aber ganz gut. Sieht gut aus. Hätte mir vielleicht noch einen kleinen Weg gewünscht dorthin. Vielleicht eine Bank weg und dafür da einen Weg hin. Oder hier ein paar Rosen weg. Sehr gut, finde ich, passt der Schlauch. Der Wasserschlauch dorthin sieht sehr gut aus. Vielleicht noch ein Heuballen hinter die Scheune oder so. Das hätte vielleicht noch ganz gut gepasst. Er hätte eine Lücke mehr voll. Das ansonsten sieht es sehr gut aus. Auch die Mauer mit den Blumen zwischen, finde ich tatsächlich ganz gut. Dann hier, das Motiv werdet ihr ganz oft sehen. Ähm, das ist wirklich so ein Standard-Deko-Ding. Das wird man überall finden, weil es auch einfach gut aussieht. Und zwar ist das die Platzierung der Tiere. Ähm, das ist ganz bekannt, diese Anordnung. Aber, wie gesagt, sieht gut aus. Dieses Herz in der Mitte, dann hier die ganzen anderen Tiere drumherum, sieht gut aus. Und, gucken wir mal weiter. Ich glaube, jetzt fängt es schon so ein bisschen an zu schwächeln. Gehen wir mal hier. Oh ne, hier sieht es wieder ein bisschen besser aus. Ja, dass keine richtigen Wege sind, ist, glaube ich, auch durch die ganze Farm durchgezogen. Ist vielleicht dann auch gar nicht so schlecht. Also vorne konnte man es noch bemängeln. Aber wenn sich das so komplett durch die Farm schlängelt, ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Hier bei den Camping-Sachen und so. Da ist mal ein Stein, da ist mal ein Stein. Und dazwischen Wiese. Das passt halt hier oben überall zu. Hat er überall so gemacht. Sieht dann vielleicht doch gar nicht so verkehrt aus. Wenn man sich so ein Motto überlegt und zieht das komplett durch, dann ist es auch gar nicht so schlecht. Hier eine Bank direkt am Wasser. Sieht auch cool aus. Ah, okay. Hier sind drei Maschinen, die sehr gut zusammenpassen. Und daneben ist dieser Waschbottisch von früher. Passt natürlich thematisch super dahin. Aber für die erste Sekunde habe ich mir gedacht, hä, warum steht der da einfach so wild rum? Ergibt gar keinen Sinn. Aber doch, ergibt Sinn. Passt nämlich zu den Maschinen. Auch sehr gut. Der Angelzwerg, auch sehe ich auch immer wieder. Habe ich glaube ich auch damals gemacht. Natürlich irgendwo hin tun, wo er auch angeln kann. Sieht auch gut aus, muss ich sagen. Besser als der Teich, der schon eine Angel hat, wo einfach nur die Angel angelt. Ist besser natürlich der Angelzwerg, der eine Angel hat. Weil eine unsichtbare Angel, die einfach da angelt, ist total doof. Also manche Dekos von Heyday... Äh... Ja. Also es gibt manche Dekos wirklich von Heyday, die muss man nicht verstehen. Ein Klo, hier einfach so... Das machen auch viele. Warum? So ein Klo überall hinstellen. Na gut. Ähm... Gut, irgendwo muss man auf Klo gehen. Aber... Gut. Ähm... Süßigkeiten, Zucker und... Also die passen auch alle gut zusammen. Auch hier oben die. Thematisch schon versucht, wirklich... Die Maschinen aneinander zu halten. Aber es gibt einfach so viele Maschinen. Das ist wirklich die Pest. Nur mit jedem Update kommt irgendeine Maschine dazu. Und im Prinzip weiß man schon gar nicht mehr, welche Maschinen... Und wird man benutzt... Ob man die ganzen neuen Maschinen... Jetzt mal ehrlich... Die neuen Produkte... Also... Gut. Ähm... Da zeige ich euch gleich was zu. Ich habe nämlich die neue Maschine seit... Seitdem es sie gibt... Fertig. Und habe sie noch nicht abgeholt, weil... Ja... Braucht kein Mensch die Maschinen. Gucken mal... Sehr, sehr schön... Die Bäume durcheinander... Also ihr seht, die sind gemischt. Ähm... Hier... Zitronen, Apfelsinen und Pfirsiche. Komplett gemischt. So, dass es richtig schön aussieht. Richtige Vielfalt. Richtige schöne, bunte Mischung. Das sieht super aus. Also... Können wir vorstellen, dass man sich so ein, zwei Ideen auch bei mir geholt hat vielleicht. Weil ich sage immer, macht hier hinten die Wand. Macht sie zu. Stellt da viele Bäume hin. Es sieht schöner aus. Und auch hier... Der Weg zu Oma und Opa. Freigehalten. Sehr, sehr schön. Dann kommen die auch runter. Alle anderen bauen das nämlich zu. Wumm. Dann kommt da keiner mehr durch. Hier ist es auch freigehalten. Finde ich sehr, sehr gut. Und... Top. Top, top, top. Also gefällt mir sehr gut. Hier vielleicht ein bisschen am Schwächeln. So, die zwei, so Bienen und Eichhörnchen. Da hätte man vielleicht dekomäßig ein bisschen mehr rausholen können. Als nur eine Umrandung. Die auch nicht symmetrisch ist, glaube ich. Oder? Doch, da hinten ist auch eine zweite Reihe. Ja, aber... Nee. So richtig gefallen tut mir das nicht. Auch mit den vielen Laternen. Da hätte man auf jeden Fall ein bisschen was rausholen können. Finde ich. Ansonsten, wir gucken mal weiter. Die Tiere. Einen Eingang gibt es hier auch nicht. So ein Tor wäre ganz cool. Die Esel. Warum das... Was ist das für ein S? Das habe ich noch nie gesehen. Scheint eine neue Deko zu sein. Ja, viele Dekos untergebracht. Manche Dekos ergeben Sinn, manche nicht. Was ich cool finde, das Heu einfach extra eingeschlossen, damit die Pferde es nicht einfach aufessen. Das finde ich ganz cool. Sehe ich zum ersten Mal. Und ist eigentlich eine richtig coole Idee. Also, der Haupt... Das Hauptgelände ist abgesperrt. Mit einer Hecke. Nur die Futterecke, also mit dem Vorrat, ist abgesperrt mit einem Zaun. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir wirklich gut. Dann hier unten Osterhase. Gut, ja. Ja, die Dekos. Gut. Man will auch die Dekos, die man hat, irgendwie unterbringen. Fühle ich jetzt nicht so 100%ig. Also, die Hasen sind auch hier unten. Es passt schon alles. Auch die Blumen thematisch passen da gut zu. Die Pferde sind irgendwie alle ausgebüxt. Aber fühle ich jetzt nicht so 100%. Dann haben wir hier einen ganz, ganz kleinen Friedhof. Für Halloween-Zeit perfekt. Die Dekos habe ich auch alle. Finde ich auch sehr cool, die Dekos. Besonders hinten das Schwein, was aus dem Grab rausguckt. Finde ich sehr cool. Auch das Huhn. Ist das lange her, als es das Huhn zu Halloween gab. Das ist schon einige Jahre her. Einige Jahre. Also, ich habe drei Jahre Pause gemacht. Und da, also es wird wahrscheinlich fünf Jahre her sein oder so, wo es das zu Halloween gab. Vielleicht gab es danach auch nochmal zu Halloween. Ich weiß es nicht. Dann eine chinesische Ecke. Und da hat man wirklich hier Platz verbrannt. Also, ohne Nutzen. Wirklich reine Deko. Hier hätte man auf jeden Fall zumindest den Asia Shop reinstellen können. Und vielleicht noch, wo haben wir den? Eine Teestube und den Asia Shop. Hier die Sushi Maschine. Vielleicht auch noch die Salatbar. Oder hier den Wok. Und die Teestube. Vielleicht hier irgendwie noch untergebracht. Ansonsten ist natürlich eine schöne Deko Gegend hier. Was ich sehr, sehr schade finde. Was nur bei Hay Day ist. Bei Township zum Beispiel ist es anders. Und auch bei Zoo ist es anders. Man kann nicht den Boden unter den Dekos verändern. Das heißt, du hast immer eine viereckige, hässliche Ecke da drin. Wenn du eine Deko reinstellst. Siehst du hier, 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 hier beim Baum. Überall beim Lagerfeuer. Das ist natürlich ein bisschen schade. Dass man, ja man kann halt nicht perfekt dekorieren dadurch. Es wäre schon schöner, wenn man Bodendekos auch unter Dekos und unter Maschinen stellen könnte. So, dass man da eine einheitliche Farbe hat. Ja, Supercell vielleicht. Also wenn so ein Spiegel wie Zoo 2 das sogar hinbekommt. Könnte man vielleicht nochmal dran arbeiten. Immerhin ist Supercell einer der größten Publisher. Wenn nicht sogar einer. Wirklich einer der der größten. Und Zoo 2 ist von Opias. Ist ein deutscher Publisher. Ganz kleine, ganz kleine Firma. Die hier in Deutschland sitzt. Und mit ein paar Leuten wirklich so ein paar Spiele macht. Und selbst die haben es gut hinbekommen. Die Dekorationen eben hinzustellen. Also kann man gerne auch mal auf meinen Hauptkanal reingucken. Zoo 2 tue ich dort ab und zu mal let's playen. Gucken wir mal weiter. Hier ist wie bei mir noch nicht so viel freigeschaltet. Oh, oh, oh. Hä? Hä? Krass, hier ist noch gar nichts freigeschaltet. Okay. Krass, wie kommt denn das? Also man ist ja immerhin schon Level 84. Da bin ich jetzt sehr, 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 sehr überrascht. Dass da noch nichts freigeschaltet ist. Ich will mal ganz kurz in die Stadt gucken. Die bewerten wir nicht mit. Die machen wir irgendwann mal extra. Aha, aha. Okay. Wieder zurück. Also die Stadt machen wir irgendwann extra. Nur Städtebesichtigungen. Das war jetzt auf jeden Fall die Farmbesichtigung. Wenn ich da... Nee, ich mache keine Noten. Also es ist eine sehr, sehr schöne Farm, sehr gut durchdacht, sehr gut dekoriert. Die Sachen, die ich dort bemängelt habe, könnte ich bei mir genauso bemängeln. Also es gibt bei mir genauso viele Punkte, die ich bemängeln könnte. Und das ist immer wichtig. Wenn jemand eure Farm bewertet, kritisiert oder sonst irgendwas, sollte er mindestens genauso gut sein, finde ich. Und ich habe mindestens genauso viele Punkte, wo man sagen kann, ja, hier, das ergibt nicht so wirklich Sinn. Und das könnte man ändern und das könnte man ändern. Und da werde ich auch noch mal gucken. Ich habe ja dieses Layout erst seit kurzem wieder angemacht. Ich habe ja eigentlich ein anderes Layout gehabt, was auch stärker war. Also ich habe jetzt im Moment ein schwaches Layout an, würde ich sagen. Zum Beispiel hier hinten habe ich einfach nichts gemacht. Da habe ich einfach nicht mehr weiter gemacht hier hinten. Da muss ich noch. Also da stehen noch die Bäume einfach unten. Ja, es ist nicht so schön, sage ich mal hier hinten. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen, aber da muss ich noch freischalten. Und dann wird das gemacht. So, das war die erste Farm. Schreibt unbedingt, was ihr am besten fandet und was man noch verbessern könnte. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal die nächste Farm an. Oder wenn es eine kleine Farm ist, die nächsten zwei Farm an. Ich gucke, dass ich die Videos immer bei 20 Minuten höchstens halte. Das heißt, wenn eine Farm nur 5 Minuten dauert, dann gucken wir uns natürlich noch eine Farm an. Bis dann, meine lieben Enten. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. !